Hallo und herzlich willkommen, ich bin wieder der Bauer 78 Television. Heute geht es mir um ein ganz 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 wichtiges Thema für alle, die so einen schönen Ofen haben. Das ist mein Kaminofen und am 1.12.24 kommt wieder mal so ein neues Gesetz vom Bundesemissionsschutzgesetz. Da gibt es dann diverse Öfen, die man nicht mehr betreiben darf, weil einfach die Emissionswerte zu schlecht sind. Das ist absoluter Blödsinn, aber reden wir nicht darüber, ihr wisst selber was ich meine. Ja und wie kann ich jetzt herausfinden, ob mein Ofen betroffen ist davon? Kann ich noch weiter heizen mit meinem Ofen oder muss er raus oder muss ich sogar einen Filter einbauen? Oder kann ich ihn auch nach 2025 noch verwenden? Das Ganze zeige ich euch nach dem Intro. Ja Leute und das ist natürlich ein Problem und jeder überlegt jetzt wahrscheinlich zu Hause, Mensch ich habe meinen Ofen gebaut, der kostet bestimmt 5, 10, 15, 20, 30.000 Euro. Ihr wisst ja selber wie teuer das solche Kachelöfen oder Kaminöfen sind. Und jetzt werden sich halt die meisten denken, ja wie schaut es jetzt da aus am 31.12.24? Muss ich jetzt meinen Ofen raus machen, muss ich einen Filter einbauen? Wobei das meiner Meinung nach totaler Irrsinn ist. Also ich halte da von dem ganzen Schmarrn nichts. Das ist für mich alles nur Geldschneiderei. Ein Filter in einen Kachelofen einbauen, wo kommen wir eigentlich hin? Aber das ist egal, das ist wieder unsere Politik. Da können wir sowieso nichts machen. Wichtig ist jetzt, damit ihr am Schluss von dem Video wisst, kann ich jetzt meinen Ofen nach dem 1.12.24 weiter betreiben oder nicht? Oder muss ich einen Filter einbauen? Wie weiß ich das? Wo kann ich das nachschauen? Da gibt es eine ganz, ganz tolle Sache im Internet. Das zeige ich euch jetzt. So könnt ihr das selber nachschauen. Und die ganzen Links, wo ich euch jetzt zeige, die könnt ihr dann selber nachschauen. Ich verlinke euch das dann unter dem Video. So könnt ihr dann selber schauen, wo euer Ofen, wie euer Ofen eingeordnet ist nach dem Bundesimmissionsgesetz. Wir switchen jetzt mal über, warte mal kurz, auf meinen Monitor. Und das ist halt ganz normal die Google-Seite. Das wisst ihr alle. Und ich habe mir diese Links mal abgespeichert. Da geht es ihr dann auf diese Seite. Die heißt KKI Zert. Und da seht ihr auf dieser Seite bereits hier erstes Suchfeld. Da steht Filter und hier Geräte und Hersteller. Da unten stehen schon jede Menge Öfen drin. Und hier gebt es jetzt ihr quasi bei Filter euren Namen, beziehungsweise euren Hersteller von euren Kacklofen-Einsatz oder von euren Kamin oder was auch immer ihr habt ein. In meinem Fall ist es Spatherm. Deswegen steht das hier auch schon drin. Dann sieht man hier unten schon Spatherm Feuerungstechnik GmbH. Ich wähle das aus. Und bei mir kommen jetzt wirklich geschätzt 100 Millionen Öfen, wo die Firma Spatherm herstellt oder jemals hergestellt hat. Und ich habe die Variante Speedy. Jetzt Moment einmal, jetzt muss ich es selber wieder schauen. Speedy RH, Bauart A ab 2006. Ich habe meinen Ofen 2009 bekommen. Und der wurde mir hier eingebaut. So, dann klickt ihr einmal drauf. Und dann seht ihr jetzt hier jede Menge Daten. Nennwärmeleistung KW 9. Das ist schon richtig. Welchen Ofen, dass ihr habt, das ist dann bei eurem Ofen, beziehungsweise bei eurem Heizeinsatz mit dabei. Da bekommt ihr von euren Kacklofenbauer so ein Infoblatt oder Infobroschüre. Und da gibt es auch ein Datenblatt. Da steht dann ganz genau drin, was ihr für einen Ofen habt. Den gibt es dann quasi da ein. Und dann könnt ihr hier jede Menge Daten zeigen. Über eure Öfen, Abgastemperatur, Abgase, Massenstrom usw. Dann geht es eher darunter. In meinem Fall ist es dann hier, Bundesimmunschutzgesetz, die 1, Stufe 2 passt. Das heißt, ich habe hier einen grünen Haken. Das heißt, ich kann meinen Ofen nach 1, 12, 24 weiterverwenden. Hier seht ihr dann auch nochmal die Details und die Erklärung. Mit der Erfüllung der Anführung von Stufe 2, Bundesimmunschutzgesetz, ist der Weiterbetrieb, die neue Richtung, sowie die Umsetzung einer Feuerstätte zulässig usw. usf. Wenn es dann weiter, wenn es jetzt zum Beispiel Stufe 1 sind, dann glaube ich, ist er auch noch zulässig. Das müsst ihr aber bei euren Kaminkehrern erfragen. Das ist auf jeden Fall das Bundesimmunschutzgesetz. Und hier unten seht ihr dann einmal, für was das alles gilt. Das gilt ja nicht nur für Deutschland. Das gilt für Österreich, für Schweiz, für die Dänen usw. usf. Für Italien usw. usf. Die haben alle ein bisschen andere Gesetze wie wir. Da könnt ihr natürlich, nachdem in welchem Land das hier wohnt, könnt ihr dann schauen, ob eure Öfen, die wo dann sind, zulässig sind usw. usf. Und hier unten habt ihr dann nochmal so eine kleine Legende, was das alles heißt. Also nie eine Legende für die Emissionsbewertungen. Das Schlimmste war es, wenn es da zum Beispiel so einen roten Strich hier drin hättet bei uns. Dann war das nicht so gut. Dann müsst ihr ihn wahrscheinlich rausreißen oder mit einem Filter versehen usw. usf. Aber das sagt euch dann euer Kaminkehrer. Dann geht es hier da unten auf PDF-Version. Zack, da drückt ihr dann einmal drauf. Und dann passiert nix. Jetzt dauert ein bisschen, bis das Ganze dann aufmacht. Dann habt ihr hier eine saubere PDF-Datei, dann könnt ihr euch das alles ausdrucken. Und das könnt ihr dann auch einem Kaminkehrer geben. Und dann weißt du ja gleich, was Sache ist. Meistens weißt du sowieso schon euer Kaminkehrer, ob es einen neuen Heizseinsatz braucht oder ob es ihn noch weiterverwendet wird, nach dem besankten Datum. Aber hier könnt ihr das halt nochmal ganz, ganz genau nachschauen. Da könnt ihr auch noch ewig lang rumschauen. Da drinnen verschiedenste Hersteller anschauen usw. usf. Vielleicht wollt ihr euch einen neuen Ofen kaufen oder wollt ihr euch da schon mal informieren drin. Das alles könnt ihr auf dieser Seite KKIZ machen. Ich verlinke euch das aber auf jeden Fall unter dem Video. Was für den Fall der Völde. Jetzt warten wir nochmal kurz. Jetzt habe ich nämlich noch eine Seite. Die zeige ich euch jetzt einmal kurz. Jetzt habe ich bloß meine Lesezeichen ausgeblendet. Und zwar, auch die werde ich euch unten verlinken, von der Firma Troff Kaminöfen. Da ist auch noch jede Menge zum Lesen, was das jetzt alles heißt, was da passiert. Da könnt ihr euch alles nochmal ganz genau durchlesen, um was das da geht. Also das ist ein ewig langer Lesestoff. Ich habe mir das alles schon mal durchgelesen. Diese zwei Links, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel dann Ausnahmen, zum Beispiel für so historische Kaminöfen, für Badeöfen oder für die Herde zum Beispiel, die alte Omaöfen usw. Da glaube ich, da gibt es dann Ausnahmen. Inwiefern, dass man da eine Ausnahmegenehmigung braucht oder so, das weiß ich nicht. Ich bin kein Kaminkehrer, den fragt ihr da am besten selber. Aber so einen Ofen dürft ihr auf jeden Fall auch selber behalten. Es wäre ja schlimm, wenn wir so einen tollen Ofen rausschmeißen müssten. Ich bin mir jetzt auch im Überlegen, ob man nicht so irgendwo schaut, dass ihr am Flohmarkt so einen Alt-Oma-Ofen kriegt, den man mit Holz einschürt. Weil da dann einen Schweinsbran drin machen, richtig mit Holz. Das glaube ich, schmeckt dann nochmal eine ganze Option besser. Ja, wie gesagt, informiert euch da sauber auf der Seite. Ich hoffe, ich habe da ein wenig Licht ins Dunkel gebracht mit den ganzen Kaminofenschmarrn. Bei uns in Deutschland wirklich, also ich sage da jetzt nichts dazu, das ist natürlich wieder Politik und egal, reden wir nicht drüber. Wie gesagt, die zwei Links, die gibt es unter dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch etwas gebracht hat, dann abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, weil solche Infovideos mache ich natürlich in Zukunft öfter zu wichtigen Themen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema mit dem ganzen Kachloofenzeug und so weiter und so fort. Also Leute, wie gesagt, die beiden Links sind unter dem Video. Könnt ihr jetzt selber schauen. Am Anfang hat es mit KKI zerrt und dann schaut es da euer Ofenmodell nach. Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit euren Kachelöfen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.